Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal Playtiger. So, in diesem Video geht es darum, um wieder eine Adventskönig-Aktion. Diesmal ist schon der dritte Advent und ich weiß, ich habe es schon gelesen, ihr wollt das nicht so ganz oft. Ihr wollt auch wieder normalen Videos, die kommen auch, aber so viel Schulstress habe ich aktuell, kann ich nicht mehr reden. Und da wird es halt ein bisschen schwierig. Kommt offenbar bald um Weihnachten, darum wieder ganz, ganz viele Minigames, weil ihr das ja wollt. Aber jetzt haben wir den dritten Advent und ich verlose natürlich wieder was. Gehen wir mal drauf. Ja, genau. Halt den Logen mal wieder zu. Ich verlose einmal 30k Aufwandserver plus 2m Exklarung auf Skypution, genau. So, das ist eigentlich beides ziemlich nice, würde ich mal so sagen, ja, der Exklarung, da habe ich früher auch lange gehabt, das Nightpution, richtig nice ran. Und ich finde so krass, dass wir den Real DDL hier richtig aktiver Spieler, seht ihr schon, der hat direkt einen Rang bekommen, für so lange Online sein. Echt korrekt, also freut mich, dass ein paar von euch hier drauf spielen, ja. Und, ähm, dann, ähm, wie ihr mitmachen könnt, ist wie immer, ihr müsst einfach, äh, ihr müsst nicht Abonnent sein, ihr könnt Abonnent sein. Dann, äh, wäre schön, wenn ihr liked das Video müsst ihr eins auch nicht, kann ich hier nicht kontrollieren. Dann müsst ihr einen Kommentar schreiben, mit dem Hashtag Money, wenn ihr das Money wollt. Und, äh, dem Hashtag Execute, wenn ihr das, andere auch, ihr könnt auch beide zusammen einmachen und so weiter eben, also, ganz klar, wie immer. Ähm, mit deinem Imgennamen und warum du es haben möchtest. Und, äh, dann wird, äh, Ende Verlösung ist am 4. Advent, äh, ausgelost wird dann 7 Tage später ungefähr. Mal schauen. Und, das war's dann, ja, eigentlich auch schon. Naja, der erste Advent konnte nicht ausgelost werden, hat leider keiner mitgemacht. Äh, der zweite wird garantiert ausgelost. Und, ja, dann, würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Das ist das tolle Plot. Schaut auf jeden Fall mal drauf und dann, würde ich mal sagen, war's das mit dieser kleinen Advent-Verlosung. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.